Lauter stellen? Nein, Sprüche! Bei dem Rauschen stelle ich ein lauter. Alles klar. Das ist schon etwas heftiger. Ähm, sag mal dein Name bei Dingens. Was? Wen meinst du? Bei Rockstar Social Club. Wem mein Name da ist? Ja. Der ProGamerKiller2. Ich muss ja noch ein Spiel starten. Ja, aber ich glaube, ich habe dich nicht in der Friendslist, ne? Doch, aber ich bin halt offline. Wie kannst du nur? Das muss ein Spielfehler sein. Ja, ich komme ja jetzt rein. Ach ja, ProGamerKiller2. Ja, guck, was sage ich dir. Ja, maaaau. Alles, was gerade stimmt, ist ein bestimmtes Spielfeature. Auf jeden Fall. Ich komme ein Spiel damit, ähnliche Fähigkeiten, dann wollen wir auch noch welche ein. Ich habe ihn. Ich habe ihn auch noch ein. Only für you. Ich habe ihn auch nicht für you. Der Snowknight MC ist bestimmt ein Hacker. Bestimmt. Bei dem Level, das hat der nie im Leben selbst erspielt. Welches Level hat der? 511 Ist doch normal, oder? Ist doch normal, sagt er Nur wenn du suchtest Aber du erkennst einen Hackermeister, dass er ein Level von über 1000 hat Ja, ich hab nen Freund Der hat mal, also früher Der hat früher jeden Tag 10 Stunden lang GTA 5 gespielt Krankes Schwein Wer ist das? Keine Ahnung Raus mit dem Nein, das ist nur drin Und der ist dann jeden Tag Keine Ahnung 10 Level aufgestiegen Ja, in 10 Stunden Krass, gell Warum? Was? Ok, ich hab viel GTA gespielt seit dem Release, aber Ja gut Auch nicht jeden Tag Aber mindestens 6 Mal in der Woche Ich hab's jeden Tag auf der Xbox gezockt Also Also das ganz alte Also wo es rauskam, das allererste Da hab ich's auch auf der Xbox gezockt Und dann auf dem PC Wo es für ein PC rauskam Du hast auf was gespielt Du hast auf was gespielt? Xbox 360 Also mit AIDS Grafik Ja, natürlich Was ist sonst? Es ist ja fast als wenn du auf dem Gameboy spielst Nee Es ist ja ekelhaft Was ist jetzt mit dir? Da sind gar keine Vitamine drin Ansehen Oh, Sir Wigum ist auch mal online Ansehen Ähm, Meti Komm Wenn du Nahrung willst Ja Vielleicht hast du Glück Und äh Bei meiner alten Klasskameradin Sind noch Ich hab nichts bekommen Ich hab nichts bekommen So, äh Würstchenstücke von meiner Kotze im Garten Ich Tu dir beitreten einfach Du darfst essen Ich tu dir einfach beitreten Ja, oder so Sehr appetitlich, ne Meti Und auch ein Einladungsbild auch noch mal raus Wieso genau tust du sowas? Na, weil ich betrunken war und kotzen musste Nein, warum erzählst du es Leuten, die es vielleicht gar nicht interessiert oder wissen wollten? Ja, gut Ich sagte gar nichts Also ich bin drin, oder? Ja, ich bin drin Ja Wollen wir starten, oder willst du die Zeit ablaufen lassen? Ne, wir starten jetzt Oder, ne, ich lass ablaufen, da kommt noch einer rein Ah, wenn er nur auf Abruf ist, wird das nicht mehr packen Auf Abruf? Na nicht Oh Oh Level 511 Ich bin auch so hoch Ah, Controllerspieler Sieht man Ja Ja, Mann Aber, sag, sag, sag Gizmo Was denn? Mit eigenen Wagen? Alles klar Ich hab gar nichts gesagt Ich hab bei mir geguckt, ob mein Controller angezeigt wird Und er wird angezeigt, ist ja auch alles legit Was ist los? Ich fahr auch mit Controller Warum? Ach schade, jetzt konnte ich kein Geld setzen Ich hab das Ich hab das leider Oh, hier den X80 zu nehmen ist nicht so schlau Was steht da an Oberstraße? Junge 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 Braucht ihr mir den Blitzstart weg, weiße? Hihihi Bah, Schwein Schlechter Drift Junge Was soll das denn? Hallo Zu viel Ertage 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 Gut, gut Mach doch gar nichts Immer noch Vierter Dreck Mach doch gar nichts Ohhhh Verpiss dich Warte doch mal weg jetzt Was ist mit dir? Oh oh Sind doch zwei Runden Ich bin letzter, Leute Wie kann das sein? Oh, ich muss ja echt bremsen Fuck Ey Erinnerst du dich noch? Nein, ich erinner mich an gar nichts Ein ganz großes Loch im Kopf Ah, komm schon Ach, ich hab definitiv nen Scheiß außer dafür benutzt Ah, fuck Welchen denn? Meinen Sultan Danke fürs Anschieben Wie auch immer das war Bitte schön, das war ich Das war ich Oh, nice Ich schuck dich immer gerne an Was kommt denn da nach? Sag mal Fährst du mich jetzt mal vom Arsch weg? Hallo, ich seh nix Hallo Sag mal Alfa祭smo Ich hab nichts gemacht Hey Willst du mich flicken? Du bist so ein Planet Ja Hallo 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 Ich sehe nix Ich krieg das nicht mit Ey Gizmo Ey Gizmo Ich hole dich da. Meti? Ja. Meti? Ja. Ich hab dich überholt, ja. Bin durch dich durchgefahren. Hm. Ja. Warum spricht was dagegen? Komm, drifte doch mal. Da tu ich doch gerade. Hast du das nicht gesehen? Okay. Der war ja wohl nice. Hast du ja nicht gesehen? Du Lümmel. Ab in meinen Windschatten zu fahren, du Schwein! Hallo. 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 Sag mal, verpiss dich doch jetzt. Jawoll, er haut sich selber raus. Guck mal hier, Backflip, Junge. Was macht ihr da vorne? Alles klar, das Auto. Du dummer Hund! Du dummer Schweinehund! Das hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht. Boah, jetzt schaff ich den Sprung. Nein! Beigesprungen. Ernsthaft, ich schaff den Sprung nicht. Nein, ich bin tot. Boah, Junge, ist das ein dummer Hundefick. Nein, Gismus vor mir. Doch nicht. Oder? Mr. Cappuccino. Alter, ich bin schon wieder der Letzter hier. Boah, wieviel Airtime, Mann! Der T20 ist wieviel Airtime auf den Backen, ey. Das ist so geil. Geh weg! Geh mal weg jetzt! Du, was sollst du? Genau! Das ist so geil, hier zu fahren macht richtig Spaß. Ey, Gismo, ist das dein Ernst? Ja! Wer zum Henker ist Erster? Ich bin Letzter. Mr. Cappuccino. Ah, okay. Ich bin Letzter, okay. Der, der mich rausgehauen hat, der Wichser. Boah, was ein Penis. Hallo! Was da alle nicht richtig fahren können, ey. Und alle raushauen müssen. Ey, Meti, ich war Letzter, ne? Ja. Ich auch. Und jetzt bin ich Zweiter. Und jetzt? Ja, ich bin Letzter immer noch. Wieder? Ne, schon wieder. Ja. Hallo, gehst du mir jetzt mal vom Arsch weg, sag mal, Alter! Der steht doch voll auf Popos. Du sollst sagen, was du willst! Oh, komm jetzt! Ey, Meti, ich musste 5 Überholmanöver machen, damit ich dich überholen kann. Okay. Sag ich mir gerade auf das Spiel. Was musstest du machen? 5 Überholmanöver. Ich hasse dieses Spiel irgendwann! Oh, ne, doch nicht. Irgendwann. Oh, ich seh den Dritten vor mir. Sehst du mich bitte in Ruhe, danke. Nein, auf keinen Fall. Du kriegst mich nie, du Schwein! Werden wir ja sehen. Oh, ja! Du Schwein, ja! Ja, ich hab's schon verkackt, Alter. Das gibt's noch gar nicht. Juhu! Ich liebe mein Leben. Wolltest du's noch abgeben? Oder hab ich da was falsch verstanden? Ich hab Meti grad kopfüber fliegen sehen. Ey, wieso kopfüber? Bin die kopfüber geflogen. Wow! Das sah gerade aber so aus. Alter, warum geht ihr schon rein? Alter, bin du nicht mal fertig. Ich bin noch in der ersten Runde. Dein Spaß. Das wär's gewesen, ey. Alle 12 Sekunden, das schaff ich. Ja, wie viel Erzheim ihr bekommt mit dem Wagen? Aber noch geschafft. Dritter, immerhin. Scheiß drauf. Fünfter, immerhin. Zweiter, immerhin. Penis, Alter. Ja. So manchmal, so manchmal... Ich bin aber nicht mehr da. Alles klar. So manchmal könnte ich dich einfach. Ich war dann, äh, äh, knapp, äh, ne komplette Runde Letzter. Fand ich gut. Gut? Was fandest du gut? Was? Du gibst einen Daumen hoch? Wenn man mit dir los... Ich war Zweiter, was erwartest du? Gehst du noch die ganze Zeit... Oh ne, Daumen runter. Iiii, ekelig. Neeeee. Das wär ja schon ekelhaft, was du halt gestern abgezogen hast. Hölle, was? Ja. Wegen der Sicherheit und... Auf zu lachen. Nein. Sorgt bitte nicht, dass ich wieder Lachfleisch bekomme. Ich bin nicht dran schuld. Doch. Nö, das liegt ja an dir. Musst ja nicht lachen. Oh Mann. Der Gizmo ist die... Pinke Gefahr. Ja. Aha. Natürlich. Ey, ey. Die, mit denen ich eh die Party gehabt hatte am Freitag, ne? Ja. Sie schreiben erstmal alle, lass wiederholen, aber ganz ganz dringend mit Kevin. Der ist Kevin. Du bist Kevin. Ich, du Hure. Kevin! Ne, ich mag diesen Namen nicht so, deswegen nehm ich immer meinen Dings. Zweitname. Der Name ist ja auch eher ne Beleidigung. Oh ja! Kevin! Kevin! Ach komm. Der Name ist wirklich ne Beleidigung, ey. Ich will da jetzt echt... Ey, selbst meine Eltern wagen, dass... meine Scheiß... ...Mülltonne rumziehen. Meine Eltern rufen... Meine Eltern rufen immer... ...René oder... ...ich sprich mir mit Snow an. Immer. Dimmel? Nein, Snow. Naja, viel Ausfall an Autos hab ich ja nicht. Naja, ich auch nicht. Ich hab wieder gewettet. Ey, ich hab richtig die guten Autos. Oh! Au! Ich hab nicht die allzu guten Autos. Ich hab richtig... 10.000 tue ich wetten. Easy. Hab ich auch. Komm, nimm ich den. Komm! Aber es müssten... Ich glaub, über die Hälfte der Wetten müssen platziert sein, damit die Wetten sind. Ja, ich weiß. Tausend verschiedene Hupen am Start. Mal gucken, welche gewinnt. Meti, du Wichter! Alter, der Typ, ne? Der geht aber aggressiv rein. Naja, Mann. Wie gesagt, ich freu ihn auch. Gehst du, ja! Danke! Ja, danke. Und tschüss. Ey, der hat... der spielt... Oh, dankeschön, dankeschön. Der hat mich gerade in das Teil reingedrückt. Ah. Hätte ein besserer Drift sein können. Genau, ihr schuckt mich alle weg, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Ich nicht. Ich hab dich sogar gelassen. Nein. Ach, wirklich nicht. Ich bin immer der Letzte, weil er mich die ganze Zeit wegschuckt. Hui! Ey, der spielt Never Legend. Der ist so ein geiler Sprung. Boah! Oh, Mann! Oh, oh! Tschüssi, Meti! No! Alter, wo geht das denn hier? Nicht mit mir, Kollege! Wo geht das denn hier? Boah! Boah! Wo kommt der denn hier? Yes! Knaller, ne? Übel! Der ist Kerzengräber auf dem Ding gelandet! Boah! Wo kommt der denn hier? Von hinten! Ach, Ficken! Ja! Da rollt er sich ab, Junge! Passiert. Da rollt er sich ab. Wie? Äh... Erfahrung. Na, wir gucken da hinter mir rum. Wow! Abgebremst? Der ist geil! Übel! Hahaha! Geil! Hahaha! Digga! Verpiss dich doch! Boah! Alter! Boah! Hast ihn gesehen? Schön gedreht, ey!